Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Anirap hier und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xilla. Wir müssen immer noch gegen Terobronk kämpfen. Und jetzt, wo ich mir hier die Umgebung ansehe, sieht das aus wie Sheraton. Ich meine, da ist das innen und ja, ich glaube, wir sind hier in Sheraton. Und ja, ich glaube, wir sind die TP ausgegangen. Und ich habe voll TP dazu bekommen nach diesem Ausweichangriff. Ey. Zack. Zack. Power-Treffer. Power-Treffer. Aber, 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 aber. Den Angriff kann ich mir ausweichen. Mann, hör auf. Und Trafinierter. Brecher. Warte mal, ich kann auch hier. Schwalzstrahl. Zack. Wir wurden geil. Geil. Nein, geh weg von Elise. Äh, Ron, mach mal einen auf, Magier. Au. So. Ich kann mich mal hier um Ron. Äh, showy cool down. Äh, bäh. Aua. Und hat es nicht gebracht. Geh weg. Und nochmal. Showy cool down. Und showy cool down. Zack. Was war, ging... Mein Gott. Weil der hat immer so viel TP. Ich verstehe nicht, warum der hier so sammelt. Oh, nein. Äh. Oh, oh. Helfen wir mal Jude. So, komm her. Zack. Schwalzstrahl. Ich brauche nicht nur Jude oder so zu steuern. Und Jude kannst du dich abhauen. Ich habe das schon so. Und zack. Aua. Und jetzt bleibt genau da, wo du bist. Zack. Und gleich bist du tot. Genauer gesagt, jetzt. Auch nicht. Daneben. Jetzt. Zack. Okay. Okay. Jeder hat einen Ablauf. Schön. Also kurz vorhin. Jetzt war praktisch. Jetzt haben wir den Charlton jetzt. Das sieht nämlich so im Hintergrund aus. Wie Sheridan. Yo. Was machst du, Lena? Wir waren doch schon mal Freude. Hey, was ist mit dir los? Ach komm, du warst dir die ganze Zeit nicht im Kampf drin, außer am Anfang. Stell dich mal nicht so an. Wir waren, oder? Dann bin ich noch zweifel. Please forgive me for the heavy burden I placed upon you when I left Sheraton. Ist das nicht Elbert, der former Chief of Staff? Er war ein Taktiker für die Rache-Gall-Armee, du kennst. Really? Und er ist auf unserer Seite? Das ist großartig. All diese Ruhmungen der Krieg haben alle auf der Seite. Lass uns zurück in die Manor, bevor wir mehr Komotionen causen. Okay. Kann ich mich bewegen? Schade. Sie spielen wieder Basketball mit Typo. Meine schon immer so grün? Wir sind auf der Zeit von einer großen Wettbewerb, nachher alles. Jeder sollte so viel Reste wie sie können. Huh? Was ist falsch? Du bist so, wie ich gerade gesagt habe, Langdahl. Oh, ho, ho, ho. Mila macht perfekt Sinn. Wir haben wenig Reste seit unserer departure von La Ronde. Und du kannst du ein bisschen Zeit für deine Gedanken sammeln. Wie du sagst. Hm. Gegnerlehrling. Ach. Wäre es aufgefallen, wir hätten vielleicht noch nach Hamill zurückgehen können. Ah, okay. Ich muss jetzt auch eine Kugel dazu bekommen haben, ne? Adrenalinausch. Äh, cool. Hier. Schneidert nach Ausweich nicht ein Rückwärtsschritt, acht Sekunden lang, die Geschwindigkeit von Bewegungen und schnellen. Okay. So, was haben wir hier alles? Flink um Rundung zwei. Nach einer Rückwärtsschutz dazu, drei Sekunden mehr Zeit, eine flinke Umrundung zu aktivieren. Was? Okay, hier ist eine Art. Wildes Gebrüll, eine Arcane-Art, mit dem der Wirke nach einer Rückwärtsart hinweist. Cool. Drachenschuss, oh. Dragonshot, 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 kommt mir auch bekannt vor. Ähm, ja. Dann würde ich, oder was haben wir hier? Webelwindattacke. Wenn wir gehen, den schneidende Wind, ein Spin-Kicks zieht. Nicht einmal weit entfernt, Gegner sind davor. Okay. Was nehmen wir hin als erstes? Ich würde erst mal sagen, hier, Intelligenz. Dann hier. Wir lernen erst mal aller Art. Drachenschutz, das hört sich doch schon gut an. Dragonshot, das kommt mir bekannt vor der Name. Hey. Du hast eine Quest für mich, Rome. Wir lernen. Ich glaube, es ist nicht so, dass du mit ihm bist, aber wie hast du mit ihm getrennt? Wir treffen uns erst mal, als Noctagall in der Armee als Oficer. Er wollte sein, obwohl seine Räume zu sein. Er und ich waren in der gleiche Divisie. Wir kämpften in vielen Kriegern zusammen. Wir verdienen die Prüfung und die Gläufe. Das Kind bildet eine Verbindung zwischen Menschen. Wir waren wirklich Brüder in Arme. Es war ein glückliches Moment für uns beide. Aber es war ein glückliches Wachstum, die beiden Brüder verletzten. Die älteren Prinzen verletzten Noctagall, selbst als sie ihn verletzten. Ich weiß, was passiert dann. Die Sleepless Night, die wir alle in der Geschichte kennenlernen. Das Wachstumbrief ist, als der Klinge verletzten, bevor sie einen Zufrieden haben. Die sechs Regierungen und die Lester-Nobel verletzten in zwei Fakten. Es war der größte politische Aufheaval in der modernen Rorschagel-Historie. Und es dauerte, bis Noctagall schlug seine zwei älteren Brüder mit der Hilfe des Militärs. Er war ein Wärme, nach allem. Für zwei Tage, die Menschen schlug nach Noctagall und seinen neuen Regime. Noctagall vielleicht hat die Struggle gewonnen, aber er hat etwas lieb zu ihm verloren. Er hat seine einzige Anlie in der Royal Family verloren, seine liebte Frau, Prinzessin Kerri. Er hat sich in Noctagall schlug. Er wurde mit der Angst. Sie haben uns diese Sache gemacht. Er hat seine Kontrolle totalitären, als er der König ist. Und es gab niemanden, um seine Macht zu kontrollieren. Nichts du? Viele haben ihre Hoffnung auf mich, um als eine moderatische Influenz auf den König zu sein. Ich wähle, um die Armee zu verlassen. Es war eine schwierige Entscheidung, um mit leben zu leben. Du darfst dich nicht schuldigen. Es ist nicht wirklich nur Noctigall's fault. Seine Brüder haben alles getan. Ich verstehe. Das ist genau das, was ich nicht zu erkennen, als Noctigall begann, von dem einfachen Weg. Wir haben uns die Augen entfernt von unseren Begriff. Er und ich, beide. Selbstverständlich, dass es so machen würde, viele unserer Menschen zu sterben. Im Kontrast, der König von Arjul nie hat nie zu tun, was zu tun müssen. Du bist richtig. Selbstverständlich, dass sie beide König sind, Noctigall und Gaius haben sicherlich unterschiedliche Impressions auf mich. Die Leute, die sicherlich sehen, dass der König Gaius als ein superer Ruler ist. Er hat mich ziemlich erinnert von Mieler, ehrlich gesagt. Eine stütte Observation. Sie haben zwei Dinge in der Gemeinschaft. Die Wille, die tun, was zu tun müssen. Und die Verpflichtung, das zu tun, um es zu tun, um andere zu tun. Es scheint, dass sie hand in hand gehen. Ja. Ich glaube, dass alle wirklich starken Menschen diese zwei Verpflichtungen haben. Aber die Verpflichtungen der Noctigall wurden verwirklichen. Und ich habe die Wille, um ihn zu stoppen. Wenn... Und ich sage nicht, dass Sie das. Aber wenn Sie nicht gegen Noctigall kämpfen, würde ich Sie nicht schuldigen. Dankeschön. Dankeschön. Gibt es mir, mit meinen Gedanken zu verlassen? Ich werde meine Entscheidung machen, bevor es Zeit ist, uns zu verlassen. Okay. Alles klar. Weißt du, der was? Äh? Gut. So, hätte man die Zehn auch gesehen, wenn man Mieler am Anfang genommen hätte? Fragen über Fragen. So, Dressel. Muss ich mit dir reden? Das kann ich hier. Wo sind die anderen alle? Mieler? Ich habe bestimmt wieder hier. Weil die nicht auch hier als ihre Beine kaputt waren. Und jetzt Elise. Hi! Was ist falsch? Was ist falsch? Was ist falsch? Was ist falsch? Ich habe mich ein paar Leute nicht dabei. Ich habe mich nicht mehr von, wie sie bereits zu kennen. Wenn ich mich bei mir erwähnt habe. Du sagst, dich zu dir und Mieler? Ja. Wachst du dich. Wachst du? Wachst du dich? Es ist nicht wie ich viele Freunde habe oder was, aber ich habe genug. der preis stimmt ja elise hat das gesagt gedacht da muss man sich erst mal daran gewöhnen alles was ihr sagt alles was tippe gesagt seit mir im kopf okay was ich gerne esse als mein körper ist ein tempel was so auch ein bisschen darum werden während sich die wir werden erholen ja okay da ist hier gerade so passend ist ach was soll es weiter weiter im text glitzer glitzer näher ist aus es machst du ein häufchen okay Nicht auf eine Frau wie so! Du bist okay? Du schaust in den Dumpen. Du darfst nicht so viel pushen. Du warst nicht der gesundste Kind, du weißt? Du musst mich immer noch erzählen? Es sind Jahre seitdem ich bin sick. Ich weiß. Aber ich kann noch nicht helfen, dass ich mich bemerke. Ich mag es trotzdem. Aber ich bin auch bemerkt. Soll was? Das Du-Güter-Naturen. Wenn du es vergessen hast, ist das, was uns in diese Beste gebracht hat. Vielleicht sollte du nicht in den ersten Platz kommen. Ich bin hier für meine eigenen Gründe, danke. Wie was? Die Spirakse sind ein Problem. Ich will sie zerstören. Weil Mila so gesagt hat? Das ist ein Teil davon. Aber ich habe eigentlich gesehen eine vorher. Serious? Es war ein sehr lange Zeit. Ich weiß, wie verrückt diese Dinge sind. Warum versuchst du die Spiraks in der Lande von Kresnik? Weil Mila so gesagt hat? Ja. Aber was die wahre Antwort ist, werden wir im nächsten Part erfahren. Bis dahin. Tschüss!